Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Jauču niemecku Nummer 224 Nummer 224 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Не забудьте подписаться на цей Kanal. Es ist wichtig, diesen Punkt genau zu befolgen, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Es ist wichtig, diesen Punkt genau zu befolgen, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Wajjliwo čítko dotrymuvati se zjogo punktu, adže tjilki tudi vy doсяgnete uspěchu. Warum ist heute niemand auf dem Tennisplatz? Ich brauche noch einen Partner für das nächste Spiel. Warum ist heute niemand auf dem Tennisplatz? Ich brauche noch einen Partner für das nächste Spiel. Warum ist heute niemand auf dem Tennisplatz? Ich brauche noch einen Partner für das nächste Spiel. Warum ist heute niemand auf dem Tennisplatz? Ich brauche noch einen Partner für das nächste Spiel. Heute bin ich schneller gelaufen als bisher. Vielleicht liegt es am guten Wetter. Heute bin ich schneller gelaufen als bisher. Vielleicht liegt es am guten Wetter. Sjogodni je běh švydše, níž raníše. Možlivo, ce horoša pogoda. Unser Büroserviceteam nimmt den Anruf für Ihr Unternehmen entgegen. Unser Büroserviceteam nimmt den Anruf für Ihr Unternehmen entgegen. Náša slúžba ofisnágo obslugováně prýmá dzvěnok vid imáni váshoj kompání. Waage, Maßband und Apfel Reicht das alles zum Abnehmen? Waage, Maßband und Apfel Reicht das alles zum Abnehmen? Waage, Maßband und Apfel Reicht das alles zum Abnehmen? Waage, Rulétka i Jabluko Či dostatňu vsego ciego, šib schudnuti? Du wirst nicht mehr Geld haben, indem du mehr Kreditkarten besitzt. Du wirst nicht mehr Geld haben, indem du mehr Kreditkarten besitzt. Du wirst nicht mehr Geld haben, indem du mehr Kreditkarten besitzt. Vy ne matemate bilsche hroši, majici bilsche kreditných kartok. Es ist noch früh am Morgen und wir sind ganz allein am Strand. Es ist noch früh am Morgen und wir sind ganz allein am Strand. Es ist noch früh am Morgen und wir sind ganz allein am Strand. Šče ranný ránuk i my zo vsemu dní na pláži. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Ziel zu erreichen. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Ziel zu erreichen. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Ziel zu erreichen. My na pravolnemu šlahu do došiagnania nasšoj mety. Ihr sollt im Haus nicht immer so schnell rennen. Ihr sollt im Haus nicht immer so schnell rennen. Ihr sollt im Haus nicht immer so schnell rennen. Könnt ihr nicht langsam gehen? Ne warto zawsze de tak schwidko biegati po domu. Ty ne możesz choditi powilno. Meine Aufgabe ist es, die Baustelle im Auge zu behalten, damit alles läuft. Meine Aufgabe ist es, die Baustelle im Auge zu behalten, damit alles läuft. Wir bereiten gemeinsam eine Geburtstagstorte für unseren Enkel zu. Wir bereiten gemeinsam eine Geburtstagstorte für unseren Enkel zu. Wir bereiten gemeinsam eine Geburtstagstorte für unseren Enkel zu. Leider lassen viele Designer ihre Kollektion für den Laufsteg in nur einer kleinen Kleidergröße produzieren. Leider lassen viele Designer ihre Kollektion für den Laufsteg in nur einer kleinen Kleidergröße produzieren. Zahnseide sollte einmal täglich vor dem Zähneputzen verwendet werden. Zahnseide sollte einmal täglich vor dem Zähneputzen verwendet werden. Ich bin Lehrerin, weil ich gerne mit Kindern arbeite und gerne an der Entwicklung ihrer Fähigkeiten beteiligt bin. Ich bin Lehrerin, weil ich gerne mit Kindern arbeite und gerne an der Entwicklung ihrer Fähigkeiten beteiligt bin. Lass uns unser Konzept noch einmal schnell durchgehen, bevor wir es den anderen vorstellen. Lass uns unser Konzept noch einmal schnell durchgehen, bevor wir es den anderen vorstellen. Lass uns unser Konzept noch einmal schnell durchgehen, bevor wir es den anderen vorstellen. Lass uns unser Konzept noch einmal schnell durchgehen, bevor wir es den anderen vorstellen. Bevor ich Gewichte hebe, konzentriere ich mich auf meine Muskeln und das Training. Bevor ich Gewichte hebe, konzentriere ich mich auf meine Muskeln und das Training. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Schüler sind voll in den Unterricht eingebunden und beteiligen sich an der Diskussion. Meine Schüler sind voll in den Unterricht eingebunden und beteiligen sich an der Diskussion. Endlich habe ich den Job bekommen, den ich mir schon lange gewünscht habe. Endlich habe ich den Job bekommen, den ich mir schon lange gewünscht habe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. A teper kilka повторów. Wirklich? Das hat er gesagt? Ich kann es nicht glauben. Wirklich? Das hat er gesagt? Ich kann es nicht glauben. Wirklich? Das hat er gesagt? Ich kann es nicht glauben. Nesprawdі. Wін сказав це. Я не можу в це повірити. Wenn du in diesem Studio trainierst, wirst du bei jeder Trainingseinheit von einem Trainer begleitet. Wenn du in diesem Studio trainierst, wirst du bei jeder Trainingseinheit von einem Trainer begleitet. Коли ви тренуєтеся в цій Studії, на кожному тренуванні вас супроводжує Trainer. Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Managera sehodni ne maje v offisi. Ja možu dopomogti. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Za časkoju kava ja roblu v žliwi zapise. Ich mochte dir eine wichtige Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ich mochte dir eine wichtige Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ich mochte dir eine wichtige Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ja hoču postaviti tobi v žliwe pitanje. Ty wejdeš za mene zaměž. Ich überprüfe Rechnungen und Lieferscheine, bevor ich die Ware bezahle. Ich überprüfe Rechnungen und Lieferscheine, bevor ich die Ware bezahle. Ich überprüfe Rechnungen und Lieferscheine, bevor ich die Ware bezahle. Wir arbeiten alle zusammen im Team, aber ich bin die Chefin und treffe die Entscheidungen. Wir arbeiten alle zusammen im Team, aber ich bin die Chefin und treffe die Entscheidungen. Wir arbeiten alle zusammen im Team, aber ich bin die Chefin und treffe die Entscheidungen. Wir arbeiten alle zusammen im Team, aber ich bin die Chefin und treffe die Entscheidungen. Heute findet das entscheidende Spiel statt. Werden wir diesmal gewinnen? Wer sich gründlich die Hände wäscht, gibt weniger Bakterien weiter. Wer sich gründlich die Hände wäscht, gibt weniger Bakterien weiter. Jak ščo vore telno mojete roke, vy paredoste mansche Bakterii. Ich muss eine Jacke tragen. In diesem Studio gibt es praktisch keine Heizung. Ich muss eine Jacke tragen. In diesem Studio gibt es praktisch keine Heizung. Ich muss eine Jacke tragen. In diesem Studio gibt es praktisch keine Heizung. Ja powinno djagnuti kurtku. Opalenje v cij studii praktischno nemaje. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ne zabuhte підписatysä na zei Kanal. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns лайk. Und gib uns лайk. Vielen Dank.